und es geht weiter und ich muss mich extrem entschuldigen, ich hab die schon eingesammelt, aber diese ganzen Raketen, die der gedroppt hat, dieser Typ da, die wären sonst verschwunden und dann hätte ich sie nicht mehr ausammeln können und das wäre schlecht für meinen, äh, Dingsgewinn für meinen, ähm, hier, wie heißt denn sie da, äh, werfen mein Status eben. Ah ja, jetzt sind wir hier. Ja, okay. Dann müssen wir mal hier lang. Ah ja, jetzt können wir diese Tür öffnen. Super. Ja, switch to my would select. Ähm, okay. Wow, ist das. Okay, dahinten ist die. Das ist gut. Okay. Okay, ja. Das ist jetzt hier. Das kann gar nicht sein. Als ob ich jetzt... Ja, genau. Scheißdreck, Alter. Mist, der unter mir ist Crate. Ah, nicht Crate, der ist genau. Ähm, Ridley. So. Ah, Mist. Oh, hi. Ah, doch nicht. Mist. Guck mir her. Halt. So. Nein, du Wichsgesicht. So. 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 Oh. Hi. Hi. Sieht irgendwie so aus, als hätten wir was Besonderes können. Hi. Okay, Energy-Tum. Ah ja, es gibt da noch eine 2-3. Awesome. Power. Oh Gott. Ja, ciao. Okay, jetzt geht's nach unten. Ne, erstmal, erstmal nach links. Nach links. Ja, perfekt. Doblank. Oh, zwei. Ja, jawohl. Wir haben ziemlich viel Energie-Container. Ich würde sagen, wir haben bis jetzt jeden gefunden, den es gibt. Also bis jetzt natürlich. Es gibt natürlich noch mehr. 22. Leistung. Und juhu, wieder ein destroy-Container. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, dort 20. Nein, okay. 28 wäre ein bisschen. Ja, bitte hinterlass-Raketen. Bitte drug-Raketen. Ja. Okay. Jetzt muss ich kurz ein bisschen farben. Sorry, aber der nicht. Also für Relay. Relay ohne Raketen. Also sorry, aber das geht nicht. Ich hab zwei Supermüse. Das bringt's jetzt auch. Wie? 0 Aus productivity. Ah, wer der nicht geht? Ist tone-Raketen. Okay, wir haben wieder irgendwo ohne. Wie soll ich denn jetzt insgesamt wirklich jetzt 120 Gefährd? Ja. Sieht ganz aus aus. Ja, 120. ist Euro fragt die Fiat wieder nicht erkundet K Lekker ich ja ein wie viele kriegen wir noch die Witte nicht oh schluss haha okay ähm so so sie die speicher hat jungen mit vollen Sachen damit wie genial ist das okay Speicher abgeschlossen was ist das okay ganz aus okay hier ist okay also so ein grünbereich der nicht auf der Karte markiert ist im Prinzip da immer Bereich okay es gibt sie wow der lange Gang ja ich kann nicht naja ne also muss ich doch ok verdammt ja es geht hin wow ja toll hab ich aber super gemacht echt klasse von dir da muss ich wiederholen so jetzt kommen wir okay bla 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 ge 即 irgendwo ist der richtige runterfallweg okay Okay, noch mehr... noch mehr... äh, okay. 30... Ich glaube, Britta ist leicht tot. Okay, hier sieht's... ah ja. Jetzt müssen wir aber auch was geboten werden. Ja. Super, muss der Container halten. Na gut. Meine Supermütze... ...gefeuert und einen Container halten. Ich muss zu untertauschen. Ey. Das wollte ich verarschen. Ey, Mann, ey. Ja, sie wollte... Ey, ich bin so selten dämlich. Oh Gott, Alter. Wenn jemand dieses Video... oh Gott. Wir sind bald bei Redley. Ich geh erstmal nach rechts. Ich weiß, es sei noch ein Energiecontainer. Baba. Ich sehe viele Monster, weil es laggt. Nein, sind doch nicht viele im Hauptsicht. Gehs gut, ist gut. Ja. 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 Would you just chill out? Ach so, wenn... das macht ja noch mehr Spaß dann. Juhu. Wow. Das ist aber ne Aufladung. So. So. Wo geht's hier noch an? In einen geheimen Bereich. Was ist denn? Was ist denn? Ne. Tot, tot. Äh. Mon-mon-mon-monumentchen. So schnell kommt mir das Geheimnis nicht davon. So schnell kommt mir das Geheimnis nicht davon. Hä? Wo ist es denn? Ne. Okay das mag ich nicht. Also ich find´s nicht. Eign doch nicht. Achja, wir sind wieder da! Nein! Hey! Uwe! Scheiße. Scheiße. Ja, hä? Was bringt das jetzt? So, was bringt das? Ah, okay. Okay, 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 okay. Was bringt das hier? Was bringt das hier? Okay. Ah, ja. Ja, Misser-Container. Super, wieder noch mehr Misser-Hals. Na gut. Haben wir halt ein Geheimnis gefunden. Und hier ist ja auch noch unser Lieblingsgeheimnis. Jetzt aber. Geht doch. So. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Okay. Wow. Supermarsides. Hier geht's aber weiter, oder? Oh, schau doch. Ähm. Okay. Zurück. Rückzug. Momentchen. Dieses Ding. Das ist unwichtig. Das würde ich gesagt haben. So, jetzt können wir nochmal speichern gehen. Oh yeah, speichern ist echt toll. Oh. Damit beende ich diesen Part und freue mich auf den nächsten, wo wir wahrscheinlich gegen Ridley kämpfen werden. Also bis dann. Tschüssi. Und jetzt können wir mal hier ein paar Minuten. Das ist mir.